Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im NEOS Lab. Das NEOS Lab ist ein offenes Labor für Neuropolitik und die Partei Akademie von NEOS. Mein Name ist Josef Lentsch, ich bin hier noch ein paar Wochen Direktor und meine Nachfolgerin steht schon nach hinten, Birgit Allersdorfer. Ich freue mich sehr, heute Abend hier ein sehr spannendes Podium und auch erfreulich viele Gäste begrüßen zu dürfen zu einem Thema das bewegt, das auch NEOS bewegt. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat NEOS einen Entschließungsantrag eingebracht vor kurzem im Parlament, religiös geprägte Kleidungsstücke in der Schule bis zur Religionsmündigkeit, also bis zum Alter von 14 Jahren zu verbieten. Uns ist ganz wichtig, dass wir hier heute Abend einen Diskurs haben, einen offenen Diskurs, einen wertschätzenden Diskurs. Neos Wertschätzung ist ein Kernwert von NEOS, deswegen freue ich mich hier auf einen offenen Austausch und natürlich ein weiterer Kernwert ist die Freiheitsliebe. Meinungsfreiheit ist uns auch sehr, sehr wichtig. Auch auf das freue ich mich, heute Abend hier eine Vielzahl von Meinungen zu hören und damit freue ich mich und darf übergeben an die Moderatorin Doris Hellenberger. Dankeschön. Danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf als Redakteurin der Furche. Es ist auch für mich ein neuer Rahmen einmal bei den NEOS. Man ist sicher nicht immer grün. Wir haben den Vorstoß der NEOS zu dieser Sache jetzt ein bisschen kontrovers thematisiert, auch in der Ausgabe, die Sie hier liegen haben. Es ist ein Reizthema, ein polarisierendes Thema, das man in vielerlei Hinsicht merkt. Vielleicht ein paar Beispiele. Sie haben schon angesprochen, das diskutierte Kopftuchverbot, der Initiativantrag der Regierung und eben die Antwort der NEOS darauf. Das Zweite ist natürlich grundsätzlich der Eindruck, dass man an dem Thema Islam oder Muslime überhaupt nicht vorbeikommt, also Musliminnen und Muslime als Projektionsfläche für eh alles, also für alle Probleme und Diskurse, die so aufpoppen. Zwei Beispiele dafür sind zum Beispiel das Video des Ali, das Sie vielleicht verfolgt haben zuletzt, wo es um die I-Card gegangen ist, wo auf einmal ein Mann mit Fes auftaucht und man sich fragt, wie das da jetzt reinpasst. Und das Zweite war ein Plakat der FPÖ, wo es darum gegangen ist, um die Indexierung der Familienbeihilfe ins Ausland, ein Thema, das illustriert worden ist mit einer schwarzen Frau mit Kopftuch, also das in jeglicher Hinsicht am Thema vorbei war. Aber man weiß sozusagen, dass das Kopftuch als Symbol emotionalisiert, polarisiert und da vielleicht auch Stimmen und Aufmerksamkeit bringt, zumindest in einer Richtung. In diesem Kontext findet also jetzt dieser Vorstoß zu einem Kopftuchverbot statt. Und ein letzter aktueller Anreißer ist, wie Sie auch sehen in der Furche, die vor Ihnen liegt, ein neuer Film, der letzte Woche gestartet ist. Er heißt, womit haben wir das verdient? Und er versucht, das komplexe und schwierige Thema Kopftuch komödiantisch aufzugreifen. Wir haben dazu auch eine Diskussion in der Furche gehabt, die sehr heftig war. Eine der Diskutantinnen ist heute hier am Podium, Amani Abouzara. Ich finde, es ist ganz spannend geworden. Lesen Sie sich das durch. Die Frage ist einfach, wie kann man versuchen, ein verfahrenes Thema irgendwo noch auf einer Meta-Ebene anders zu beleuchten und ins Gespräch zu kommen. Ich möchte jetzt zu den Leuten kommen, die heute in einer anderen Runde mit Amani Abouzara diskutieren. Es geht heute um das Thema mehr Kopf als Tuch. Das ist auch der Titel Ihres Buches, das jetzt ziemlich genau ein Jahr alt ist. Es ist ein Sammelband, in dem elf Musliminnen selber zu Wort kommen und über ihre Erfahrungen und ihr Leben und Eindrücke als Musliminnen in Deutschland und Österreich sprechen und erzählen. Ganz kurz zur Person. Amani Abouzara hat Philosophie und Intercultural Studies in Wien, Salzburg, Skizihir. Ich weiß nicht, ob man sich richtig ausspricht. Also in Istanbul und... Ja, okay, keine Chance. So wie in den USA haben Sie auch studiert. Sie haben an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems Philosophie und Interkulturelle Pädagogik gelehrt. Jetzt nicht mehr, habe ich erfahren. Sie sind Trainerin in der Erwachsenenbildung und Autorin eben dieses Buches, das vor einem Jahr erschienen ist und über dessen Anliegen wir dann gleich noch sprechen werden. Zu meiner Rechten Astrid Mattes. Sie hat Vergleich in Religionswissenschaft und Politikwissenschaft in Wien und Limerick studiert, an zahlreichen Forschungsprojekten zum Thema Religion, religiöse Kartografie von Wien, muslimische Jugendliche in Wien, mitgearbeitet, dann Doktorat in Sozialwissenschaften über die Rolle der Religion in österreichischen, deutschen und schweizer Integrationspolitiken und seit 2018 ist sie Forscherin mit Schwerpunkt Diversität in liberalen Demokratien, weiterer Schwerpunkt Migrations- und Integrationspolitik, Islam in Europa und religiöse Pluralistik. Also ein hoch spannender Forschungsbereich und sehr aktuell. Zu meiner Linken ganz außen Reinhard Heinisch. Er hat an der Universität Wien und in den USA Politikwissenschaften studiert, Dissertation an der Michigan State University mit einer Analyse zur Menschenrechtspolitik. Das ist in diesem Kontext natürlich auch ganz wesentlich. Seit 1995 Professor für Politikwissenschaft an der University of Pittsburgh in Johnstown und seit 2009 auch Professor für österreichische Politik in Vergleichen der europäischen Perspektive an der Uni Salzburg, wo er auch die Abteilung Politikwissenschaft leitet. Sein Schwerpunkt, auch ganz aktuell und natürlich relevant, ist österreichische Politik im europäischen Kontext und vergleichende Populismusforschung. Also ein Bereich, der hier ganz wesentlich reinspielt. Und zu meiner Linken, Christoph Wiederkehr, Salzburg geboren, Politikwissenschaft an der Uni Wien studiert. In Sussex und Australien waren Sie auch. Seit 2013 Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof? Nicht mehr. Okay, hauptberuflich sozusagen bei den NEOS. Sie waren Vorsitzende des Studentenverbandes der NEOS. Seit November 2015 einer von fünf NEOS-Abgeordneten zum Wiener Landtag und seit September 2018 Nachfolger von Beate Meidel-Reisinger als Klubvorsitzender. Amani Abusara, ich möchte jetzt Sie mal fragen, der Untertitel unseres heutigen Tages ist Wie junge Musliminnen in Österreich und Deutschland ihre Umwelt erleben? Wie erleben Sie im Moment den Diskurs? Und inwiefern hat sich das, was die elf Frauen in ihrem Buch sagen, hat es nochmal an Relevanz gewonnen? Ja, ist das an? Ja? Genau. Wunderbar. Ja, zunächst mal vielen Dank an die NEOS auch für die Möglichkeit, hier heute diesen Austausch zu führen. Wie ja schon gesagt worden ist, ich finde das sehr wichtig, auch wenn man mit unterschiedlichen Sichtweisen nicht übereinstimmt, wirklich in den Dialog zu treten und ich glaube, insofern ist heute dafür auch Platz. Ja, wie Musliminnen, Muslime in Österreich ihre Umwelt erleben. Ich habe vor einem Jahr, habe ich das Buch herausgegeben, inzwischen ist in zweiter Auflage erschienen, um genau da einen Einblick auch zu gewährleisten. Also primär über muslimisch-weibliche Lebensrealitäten, um unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen, was bedeutet es, Muslimin zu sein und was heißt es, darauf reduziert zu werden, fokussiert zu werden und eigentlich den Blick zu weiten. Also unterschiedliche Perspektiven und Expertisen einfach auch zu ermöglichen und das Spannende war, dass es viele Menschen auch interessiert hat. Also die gesagt haben, gehen wir mal weg vom Thema Kopftuch, gehen wir mal weg von dieser Reduzierung auf das Religiöse, die religiöse Identität und hin zu einem Austausch aus der Perspektive von einer Selbstverortung. Wo verorten sich muslimische Frauen selbst, worüber möchten sie gerne sprechen? Und so ein Leitsatz für mich war das Schreiben von der Feministin Adichie, die schreibt, die einzige Geschichte formt Klischees. Und das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte. Und insofern ist dieses, wie erleben Muslime, Musliminnen, ihr eigenes Umfeld, ist so divers, aber sehr oft geprägt von einem einzigen Klischee, von einem einzigen oder von ganz wenig Vorurteilen, wo man sich zu positionieren hat und dagegen anzusprechen, dagegen zu diskutieren oder zu argumentieren hat, um das Breite sichtbar zu machen. Das ist das eine. Und das andere, weil sie ja sagen, jetzt ein Jahr später, hat sich ja nochmal um einiges auf der politischen Ebene vieles verschärft. Wo wir sehen, dass wir eine Regierung haben, die vor allem auf dem Rücken der Muslime, im Konkreten vor allem der Musliminnen, auch Politik betreibt. Und hier zwei Ebenen eigentlich. Das eine ist, immer dann, wenn es brenzlig wird, also wenn es zu unterschiedlichen Belangen geht, die die breite Bevölkerung angeht, Sozialleistungen werden gekürzt, im Bildungsbereich, dann kommt ein Vorstoß in Richtung Kopftuchverbot, dann kommt ein E-Card-Video, wo Männer mit einem muslimisch konnotierten Namen in Erscheinung treten, die das Gesundheitssystem betrügen. Und genau dann kommen solche Ablenkungsthemen zum einen. Zum anderen, die andere Ebene muss man aber schon nochmal dazu sagen, aus der muslimischen Perspektive ist es nicht nur Ablenkung, denn es betrifft direkt, es ist eine Politik des Rassismus, wo man direkt auch die Konsequenzen spürt, wo die Initiativen, die sich um Diskriminierung kümmern, merken, dass die Zahlen ansteigen, dass die Übergriffe mehr werden und dass auch tatsächlich Muslime und Muslime in Österreich in ihrer Lebenspraxis eingeschränkt werden. Und da kommt dann eben noch der Neos-Vorstoß dazu, wo man das Gefühl hat, da wird noch eins draufgelegt, dass gegen Schülerinnen, die Kopftuch tragen, hier ein weiteres Verbot belegt wird, natürlich in einer anderen Sprache, also dass es eben alle sogenannten religiösen Symbole betreffen soll und das eröffnet dann noch ein weiteres Thema, wie gehen wir mit Religion um. Und hier vermengen sich unterschiedliche Themen, weil das eine ist das Thema der Religionsfreiheit, wie gehen wir mit Vielfalt um und das andere ist, dass was bemerkbar ist, dass sehr schnell, wenn es um das Thema von Vielfalt, Diversität und Zusammenleben geht, dass die Grenze, beziehungsweise die Linie von da und nicht weiter bei Muslimen und vor allem bei sichtbaren Muslimen gezogen wird, wenn wir uns die aktuelle Sprache und Vorgehensweise der Regierung anschauen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das heute ein bisschen auseinander differenzieren, weil die Neos haben da einen anderen Zugang, aber dennoch, in dem Kontext passiert diese aktuelle Politik. Ich sage einmal herzlichen Dank, da werden Sie dann noch darauf replizieren. Zuvor möchte ich die Astrid Mathis fragen, die sich ganz intensiv mit religiöser Diversität und Pluralität beschäftigt hat und das Thema Identität und Zugehörigkeit scheint mir da jetzt ganz relevant zu sein, und zwar auf beiden Seiten. Also sozusagen Identitätspolitik wird einerseits betrieben, auf der anderen Seite macht das auch was wahrscheinlich mit der muslimischen Community, wenn man hier in eine Rolle gedrängt wird. Und dann gibt es natürlich auch noch, das muss man sagen, eine gewisse quasi islamistische fundamentalistische Strömungen, die auch in Europa hereinreichen. Das war zumindest ein Befund von Kinnan Günger in der Diskussion. Das heißt, welche Rolle spielt hier Identität in diesem Diskurs und warum ist da jetzt gerade, warum ist religiöse Pluralität hier jetzt so schwierig und herausfordernd? Identitätspolitik ist immer Grenzziehungspolitik. Also es geht darum, eine Grenze zu ziehen gegenüber den anderen. Die anderen haben Eigenschaften, die anderen haben Merkmale und das Fehlen oder das Gegenüber dieser Merkmale und Eigenschaften konstituieren wir. Das ist etwas, das wir alle immer machen. So formen wir unsere eigene Identität, aber das passiert auch in einem breiteren politischen Diskurs. Und natürlich hat es unterschiedliche Konsequenzen, ob ich jetzt meine Identität in meinem engeren Umfeld aushandle oder ob eine politische Partei, eine Regierung, Grenzziehungspolitik betreibt. Das hat andere Konsequenzen. Es ist seit vielen Jahren mittlerweile ein politisches Projekt der Rechten, des Rechtspopulismus, das Kopftuch als ein Merkmal des Anderen zu framen und das ganz stark zu pushen. Das ist immer mehr in die Mitte des politischen Diskurses gekommen, aber es ist etwas, das von rechts kommt, dass das Kopftuch so ein Merkmal für das Andere, das muslimische Andere ist. Ich denke, das muss man immer mitdenken. Es gibt unterschiedliche politische Positionen, aus denen man heraus über das Kopftuch sprechen kann, aber von dem her hat sich die Debatte sehr stark entwickelt und da ist natürlich ein Ausgrenzungsinteresse da, das von diesem rechtspopulistischen Diskurs, von dieser rechtspopulistischen Erzählung ausgeht. Identitätspolitik wird natürlich, wie Sie sagen, auch von anderen Seiten betrieben, auch von denen, die ein Kopftuch tragen oder die wollen, dass jemand ein Kopftuch trägt, in dem gesagt wird, beispielsweise, ich, muslimische Feministin, lass mir nicht vorschreiben, was ich anzuziehen habe, die anderen sind Rechtspopulisten, sind das Patriarchat etc. Oder vielleicht auch eine andere feministische Position, die dem gegenübersteht, ich, Feministin, habe mich dafür eingesetzt, dass es freie Frauenrechte gibt und die anderen sind muslimische Frauen, die jetzt ein Kopftuch tragen, sozusagen eine konservative Position einnehmen. Also ganz unterschiedliche Verhältnisse, wie das Kopftuch hier hineinspielt. Und alle sind Formen von Identitätspolitik, aber nicht alle sind gleich dominant im Diskurs. Warum ist religiöse Diversität so ein Problem? Ja, das ist eine gute Frage. Von der historischen Entwicklung her ist religiöse Diversität ein Problem, weil die dominanten Religionsgemeinschaften ja ihren Wahrheitsanspruch und ihren Machtanspruch verteidigen wollen. Das ist jetzt in Österreich viel weniger der Fall. Die Religionsgemeinschaften sind oft die, die am besten mit religiöser Diversität zurechtkommen. Vermutlich auch, weil sie gemeinsam im selben Boot gegenüber einer größerwährenden säkularen Gruppe sitzen. Der Staat kann ein Problem mit religiöser Diversität haben, insbesondere dann, wenn er staatliche Institutionen an neue Diversität anpassen muss. In Deutschland sieht man das ganz stark mit den Debatten um Religionsunterricht im Islam und andere Dinge. Die historischen Zufälle in Österreich haben das aber schon lange geregelt. Also eigentlich hat diese inklusive Religionstradition, die wir in Österreich haben, viele Konflikte, die anderswo geführt werden, religiöse Diversitätskonflikte auf der Ebene Religion Staat, weitgehend verhindert. Es gibt natürlich religiöse Konflikte im alltäglichen Miteinander, oft weil Religion als Begründung, Entschuldigung für vielleicht schlechtes Benehmen in der Schule oder Ähnliches herhalten muss, weil es religiöse Diskriminierung gibt und daraus Konflikte entstehen oder weil es um unmittelbares Zusammenleben geht und andere Aspekte mit hineinkommen. Stichwort, heute habe ich jemand reden gehört, dass in seiner Nachbarschaft beim Freitagsgebet kein Parkplatz mehr zu finden ist. Dann ist die Frage, ist das jetzt ein Religionskonflikt oder ein Konflikt um den öffentlichen Raum und Parkplatznot in Wien. Aber im alltäglichen Miteinander entstehen da auch Konflikte, wo ich die Konflikte aber am meisten verortet sehe, ist so im alltäglichen Nebeneinander. Also eigentlich dann, wenn keine Auseinandersetzung zwischen Menschen da ist, sondern im Vorbeigehen einer beispielsweise Frau mit Kopftuch und im Film, der dann abspult, weil wir alle den Diskurs um dieses Thema erleben. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung, dass dann bei mir Vorurteile hochkommen und ich muss die bewusst reflektieren. Ich denke mir, ist mein Beruf, darüber nachzudenken. Viele andere Menschen, die weniger Zeit haben, darüber nachzudenken, haben vielleicht auch nicht dann die Möglichkeit, das so zu reflektieren. Und man weiß ja auch außer Forschung, Stichwort Kontakthypothese, dass die Menschen, die am wenigsten tatsächlich mit Menschen, die mit Diversität zu tun haben, die größten Vorbehalte haben. Also da sind sicher einige Antworten auf Ihre Fragen vielleicht schon drin. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin selbst vergabend. Christoph Wiederkehr. Es ist schon angesprochen worden, der Vorstoß stößt natürlich auch auf heftige Kritik, auf Sympathien und auf heftige Kritik. Das eine ist ja nicht nur das Kopftuchverbot, und das andere ist ja auch sozusagen der Vorstoß eines Unterrichtsfaches Ethik und Religionen. Ich weiß nicht, ob das gekoppelt ist mit einem Aus für den konfessionellen Religionsunterricht, das war mir nicht ganz klar. Das werden also sozusagen jetzt Anfragen, was da jetzt die NEOS genau vorhaben und beziehungsweise was auch jetzt ein bisschen die Schwierigkeit ist einer liberalen Position in dieser Frage Kopftuch, wo es ja einerseits um Frauenrechte und andererseits um Religionsfreiheit geht, also Grundrechte eigentlich, die hier kollidieren, wie da der Diskussionsprozess läuft und wie Sie selbst als Politiker jetzt im Gespräch mit den Menschen irgendwie wahrnehmen, was hier die Bedürfnisse und Probleme sind. Ja, stimmt. Es wurde die letzten Tage auch hitzig diskutiert, wie sich NEOS positioniert hat oder auch in der allgemeinen Bevölkerung, wie die Diskussion abläuft. Ich finde, man hat da schon zwei gute Narrative aufgezeigt. Das eine ist das der Rechten, das andere ist das der Liberalen. Das der Rechten ist die Ausländer und die Muslime und gegen die wird Politik gemacht und die liberale Herausforderung und Frage ist, wie gehen wir mit einem Verhältnis Staat zur Kirche um und hier vor allem in Bildungseinrichtungen. Was mir ganz wichtig ist, ist es eine komplett unterschiedliche Art, wie wir über diese Thematik reden und ich verurteile, was die Bundesregierung macht. Ich verurteile und das mache ich meiner Politik sehr, sehr häufig, dass zu Lasten von Minderheiten und vor allem zu Lasten von Muslimen Politik gemacht wird in Österreich. Das ist ganz, ganz massiv. Und nicht vereinzelt, sondern es ist eine politische Strategie des Ausgrenzens und des Auseinanderdividierens zu zeigen, das sind die anderen und wir, das christliche Abendland, anscheinend muss sich schützen. Und dagegen bin ich ganz, ganz stark, weil ich glaube, eine weltoffene Gesellschaft, ich glaube an Multikulturalität und ich glaube auch, dass Multireligiosität wichtig ist in einer Gesellschaft. Natürlich in einer Stadt wie Wien, wo es sehr große Multikulturalität gibt, entstehen auch Konflikte, zum Beispiel an Schulen. Und so ist auch die Idee des Ethikunterrichts zu sehen, dass wir es schaffen, an den Schulen, über Religionsgruppen hinweg, uns zu verständigen, dass nicht jede Religionsgruppe separat nur im konfessionellen Religionsunterricht ist, sondern dass jeder Schülerin und jeder Schüler relativ früh, also ab Beginn der Volksschule, auch interkonfessionellen Ethikunterricht hat, wo man sich gemeinsam Fragen der Werte stellt, aber auch über andere Religionen lernt, um sich besser verständigen zu können. Darf ich noch kurz, es ist also etwas Zusätzliches. Genau, es geht um ein Zusammenleben im Ethikunterricht. Der Ethikunterricht soll verpflichtend sein, das heißt nicht, der Ethikunterricht ist zusätzlich, sondern es soll einen verpflichtenden Ethikunterricht geben für alle, weil nur dort kann man sich ausmachen, wie das Zusammenleben funktioniert, und einen freiwilligen, konfessionellen Religionsunterricht. Und hier können wir uns sehr gut vorstellen, dass auch die Schule Infrastruktur dafür zur Verfügung stellt. Als Wichtige ist, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom Glauben, zusammen sich über so wichtige Fragen austauschen, wie Religion oder Werterhaltung. Und das ist das Kernelement von unserer liberalen Perspektive, der Austausch über Religionsgruppen hinweg. Und der Vorstoß Richtung Ethikunterricht ging einher, auch mit der Frage, wie stark soll Religion in der Schule auch sichtbar sein. Und hier ist der Vorschlag eines religionsneutralen Raumes Schule, wo wir sagen, wir machen es an der Religionsmündigkeit mit 14 fest, ab dem Alter natürlich jeder für sich und jeder für sich entscheidet, was man trägt und welche religiösen Zeichen man sieht. Aber bis zu 14, bis zum Erreichen der religiösen Mündigkeit, wollen wir in einem religionsneutralen Raum Schule mit einem Ethikunterricht und auch mit einer Gleichbehandlung von allen Religionen und der Trennung von Kirchen und dem Staat, dass wir sagen, keine religiösen Symbole in der Schule bis 14. Und das soll natürlich für alle Religionsgemeinschaften gelten. Die jetzige Diskussion der Bundesregierung ist gezielt gegen das Kopftuch. Und unsere Diskussion ist die Frage, Staat und Kirche und wie viel Religion in der Schule Platz haben soll. Das ist eine säkulare Diskussion. Das hieße, kein Kreuzzeichen zum Umhängen, keine Kippa, also alle religiösen Symbole bis 14 raus. Wir stimmen auch keinem Gesetz der Bundesregierung zu. Die Bundesregierung wollte ja eine Zweidrittelmehrheit jetzt durch uns erreichen mit einem Gesetz, wo lediglich eine religiöse Bekleidung gemeint ist, die das Kopf bedeckt. Das heißt, der Turban der SIX und das Kopftuch. Das ist eine willkürliche Definition. Wir sagen, alle sichtbaren religiösen Symbole, wenn ein Kreuz versteckt getragen wird, wird es sicher nicht Aufgabe der Schule zu sein, das Hemd aufzumachen. Aber es geht darum, dass die Kategorie Religion in der Schule keine so sichtbare und dominante ist und hier auch alle Kinder gleich sind. Und das ist der Ansatz. Okay, herzlichen Dank. Da werden wir sicher noch heftig diskutieren dann drüber. Herr Heinisch, Sie haben Erfahrungen quasi über die Diskurse, wie sie in den USA ablaufen, wie sie in Österreich ablaufen, auch in anderen Ländern Europas. Was mich hier interessieren würde, es hat ja interessante Verschiebungen auch hier gegeben, quasi von links nach rechts oder so. Manche sagen, nichts hat den Rechten so sehr in die Hände gespielt, wie der Versuch, ihnen nicht in die Hände zu spielen. Also von linker Seite. Warum gewinnt jetzt ausgerechnet die Religion angesichts des Wandels der Partei und Politik muss so an Relevanz, obwohl man den Eindruck hat, dass religiöse Praxis oder religiöses Wissen insgesamt zurückgehen? Welche Dynamiken analysieren Sie hier? Also die, also erstmal guten Abend und danke für die Einladung. Es gab es bis vor wenigen Jahrzehnten so den klassischen, die klassische Hypothese, reiche Staaten wären, desto stärker nimmt Religion ab. Und das war so, die Idee, Religion ist eine Art Krücke, die man braucht, wenn man halt noch nicht wirklich vollentwickelt ist. Das nennt sich eindeutig. Und Europa war immer so das klassische Musterbeispiel und die USA waren die Ausnahme. Weil die USA noch immer ein hochentwickeltes Land, aber sehr religiös sind. Mittlerweile, glaube ich, stimmt das in verschiedener Hinsicht nicht mehr. Also ich halte, ich empfinde Österreich als immer noch sehr religiöses Land, aber anders, als sich die Österreich das vorstellen. Was abnimmt, ist einfach die organisierte Religion und ist die Kritik an Institutionen im Zug. Das heißt, die Kirche als Institution steht in der Kritik, aber wenn Sie sich überlegen, wie viel Sie an Spiritualität, Religiosität, New Age, an diesen ganzen Dingen in Österreich erleben, auch von Bildungsbürgern, also von Hochgebildeten, von der Impfverweigerung und so weiter, dann sehen Sie, dass Sie es vom Baum aufstellen und dem Mondkalender und ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ich bin nicht mehr wieder entsetzt, was es da alles gibt. Das ist für mich sehr österreichisch. Für mich ist das einfach nichts anderes als eine andere Ausdrucksform von Religion oder von Glauben an Glaubenssystemen. Und das äußert sich halt in Österreich so, in anderen Ländern anders. Das mag eine Reaktion sein auf Modernisierung und habe eine gewisse Entleere. Ich unterrichte im Sommer in China und China ist gerade dabei. Die merken, dass sie mit dem Kommunismus, dass das nicht wirklich so haftet. Versucht man jetzt irgendwie eine Art neuen, eine Art Linkskonfunzianismus zu schaffen, von staatlicher Seite zu verordnen, weil man auch dort irgendwie was Spirituelles braucht, weil diese Sinnentlehrtheit ist oft problematisch. Also ich sehe jetzt Religion in anderer Form bei uns. Das ist ein Punkt und ich glaube, das geht einher mit anderen Tendenzen, eben einer Art einem verstärkten Individualismus. Jeder kann sich seine Religion quasi selbst zurechtzimmern. Daher auch die Kritik an organisierten Religionen. Und das passiert in Europa genauso wie in den USA. Auch in den USA nehmen die organisierten Religionen ab und die jetzige Generation, wenn wir im Jahre 2030, 40 sind, werden dort auch fast die Hälfte der Bevölkerung wird dann sich als eher säkulär definieren. Der Prozess passiert einfach später. Gleichzeitig haben wir in Österreich einen sehr stark ausgeprägten Strukturkonservatismus, der alle Parteien prägt, die Linke wie die Rechte. Das hat, glaube ich, mit der Kleinheit des Landes zu tun, mit der eher Abgekoppeltheit des Landes zu tun, das Klischeebild der Insel der Seligen oder die Idee quasi, man ist sich selbst, was man nicht kennt, kennt man nicht. Wir haben es immer so gemacht, wir haben es nie so gemacht. Das ist sehr ausgeprägt. Es gibt auch alle Parteien, weil es viel tiefer ist als Wertemuster. Wien ist vielleicht auch noch ein bisschen anders. Wenn Sie da aus Wien rausgehen, ist das ganz massiv. Ich war oft schockiert. Wir hatten ohnehin eine israelische Delegation bei uns zu Gast an der Uni in Salzburg und dann gab es so ein koscher Catering und dann dachten die, die essen einfach kein Fleisch. Das muss man sich an einer Universität in Salzburg vorstellen, einer Stadt, die relativ weltoffen ist oder für die Touristen, dass man nicht genau weiß, was man unter Koscher zu verstehen hat. Das dortige internationale Büro der Universität. Also das war nicht irgendwo im tiefsten Tal. Und der dritte Punkt ist einfach, dass wir als Österreicher ein Vorreiter des Populismus und der Identitätspolitik sind. Und die Identitätspolitik in Österreich ist nicht interessant, weil Österreich ja lange so keine Identität hatte. Das heißt, wenn man, wenn Sie Österreicher fragen, Österreicher sind extrem patriotisch, sind unter den patriotischsten Menschen auf der Welt und da fragt man sich, was sind Sie denn so stolz? Dann sagen Sie, naja, auf die Lebensweise, die Berge, die Natur, das gute Essen. Also laut der Versatsche, gestimmt, was würden Sie an Israel sagen, Sie sind so stolz, dass Israel auf Schwammer oder an Amerikaner auf die McDonalds. Das heißt, die Identität ist in Österreich inhärent prekär konstruiert und Österreicher definieren oft ihre Identität über Lebensformen, über Lebensweise, über Lebensformen im Alltag. Und wenn alles, was diese Lebensformen dann stört, das, was man so sieht, die Lebensweise stört, das ist entweder, sind es amerikanische Einflüsse in Form von McDonalds oder ist es der McDonalds oder der Kebab. Dinge, die kulturell anders sind, kratzen natürlich an dieser gezimmerten, an dem Konstrukt der österreichischen Identität. Dadurch, glaube ich, ist das in Österreich nicht stärker, weil das Land historisch eine schwache nationale Identität hat. Wir dürfen nicht vergessen, Haider hat noch Anfang der 90er gesagt, also der Begriff der österreichischen Nation ist eine ideologische Missgeburt. Also wir haben sehr starke regionale Identitäten und sehr schwache nationale Identitäten und durch diese fatale Konstruktion von Identität, Österreich als nicht-Deutsche, Österreich irgendwie als Teil einer großen Vergangenheit, aber doch wieder auch nicht ganz dabei seiend, wirkt das andere dann eben als problematisch, wenn man Identität Österreich kaum woanders aufhängen kann und das sind eben glaube ich drei oder vier Faktoren, die hier zusammenkommen, die diese Diskussion beeinflussen und ich würde genau recht geben, die Diskussion, die Symbolik wird von rechts andiskutiert, wird dann von bürgerlichen Parteien übernommen, wir haben jetzt ein Paper rausgegeben zu einem Thema, wo wir das auch zeigen, wo einfach die Rhetorik aufgenommen wird, die Rhetorik ist dann der politische Islam zum Beispiel oder die Idee der Parallelgesellschaften, das sind also Begrifflichkeiten, die rechts entstehen, nach fünf Jahren zu bürgerlichen kommen und dann nach links ankommen. Links sagt meistens, das geht uns nichts an, Religion ist was komisches, so lassen wir den anderen, die mischen sich nicht ein und zwischen bürgerlich und rechts wird das dann artikuliert und irgendwann wird es dann der normale Konsens und wird es dann mainstream, wird auf den Medien übernommen und so lauft dieser Diskurs und wenn man das glaube ich erkennt, das Mechanismus, dann könnte man auch gegensteuern. Da muss ich jetzt gleich eine kritische Rückfrage stellen, weil das würde ja bedeuten, also es gibt ja die andere Position, wie sie zum Beispiel auch der Kinnan-Günge in der Diskussion gehabt hat, nämlich, dass es einfach tatsächlich eine konservative Unterspülung der Communities in Europa gibt, von der arabischen Welt, also sozusagen, das wäre jetzt nur als Faktum sozusagen oder als Tatsachenbeobachtung. Natürlich, bin auch eher ein politischer Realist, auch was Bedrohungsszenarien betrifft, da bin ich sicher viel weniger österreichisch als vielleicht andere. Nur das Problem ist ja, ich meine, genauso wie Christdemokraten, also Leute, die religiös sind, politisch sein wollen, haben ja auch Moslems das Recht, politisch zu sein. Und genauso wie es auch bei Nicht-Moslems radikale Formen gibt, um die ich mich dann kümmern muss und gegen die ich vorgehen muss, gibt es das natürlich dann auch bei Moslems. Aber die Idee ist ja, dass man gegen diese Leute mit dem üblichen Instrumentarium vorgeht und nicht eine eigene Gruppe unter eines besonderen Glassturz stellt und gegen die dann besonders vorgeht. Also Extremismus in jeder Form ist problematisch, dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es Behörden und dagegen muss man vorgeben. Aber wenn die ÖVP und die FPÖ vom politischen Islam sprechen, dann werden ja alle thematisiert, die Moslems sind und politische Einstellung haben. Die haben auch ein Recht, konservativ sein zu dürfen, so wie halt Rechte ÖVP das das Recht haben, und Katholiken das Recht haben, politisch sich atypulieren zu dürfen. Also nur, wenn man politisch ist als Moslem, ist daran noch nichts Verwerfliches und das ist auch noch kein Extremismus. Gut, also das wird wahrscheinlich noch auch Diskussionsstoff liefern heute. Noch ganz kurz eine Rückfrage, weil wir über die Religion als Lebensweise gesprochen haben, inwiefern sich das entwickelt hat. Können Sie sich nochmal sagen, was mich ja immer verblüfft ist, sozusagen, so ein bisschen die unterschiedliche Wahrnehmungen einerseits von quasi orthodoxen Jüdinnen und Juden, wie sie leben und dass das irgendwie dann teilweise anders rezipiert wird, als die Lebensweise von Musliminnen und Muslimen. Können Sie aus Ihrer Sicht dann nochmal sagen, wie Sie das wahrnehmen? Also ich empfinde prinzipiell dieses Labeling als sehr schwierig und vor allem einschränkend, weil jetzt irgendwie zu definieren, wer ist ein säkularer Muslim, orthodoxer, streng, religiös, also es gibt ja diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, wie man versucht, das muslimische Leben zu verstehen. Und es ist ja nicht nur, dass diese verschiedenen Begrifflichkeiten versuchen, etwas verstehen oder greifbar zu machen, sondern es wird auch automatisch ein bestimmtes Bild übergestülpt. Also jemand, der sagt, ich bete fünfmal am Tag, poppt dann gleich das Bild auf, na wie geht sich dann Modernität und Säkularität aus? Also das heißt, teilweise gilt es da auch dieses gewisse Labeling zu hinterfragen und was denn da genauer dahinter steckt? Also was für ein Bedürfnis haben wir, wenn wir versuchen, religiöses Leben zu verstehen, wo man sich dann mit Begrifflichkeiten versucht zu helfen, die dann eigentlich wenig dem Selbstbild entsprechen? Und vielleicht auf das zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, mit der österreichischen Identität. Also ich erlebe das auch sehr oft, dass das, was ein Österreicher, eine Österreicherin ausmacht, eigentlich aktuell weniger das ist, was sind wir, was macht uns aus, sondern was sind wir nicht. Und dass es sehr stark abgearbeitet wird an dem muslimischen Leben oder an muslime und musliminnen, nämlich wir sind, wir Österreicher, Österreicherinnen sind für Gleichberechtigung und die Frau hat ihren Wert, aber bei den Musliminnen, bei den Musliminnen ist es eben nicht so. Also das ist eher mehr in Identität, im negativen Kontext abgearbeitet wird. Und das wiederum wird dann in einer muslimischen Selbstverortung teilweise schwierig, weil man sehr oft in Bezug auf diesen Rahmen, der dann vorgegeben wird, versucht sich zu verorten, darauf zu beziehen. Und vielleicht bei dem Orthodoxen noch zu bleiben, weil Sie das kurz aufgegriffen haben, und Sie haben ja das Säkulare angesprochen, weil ich gerne noch ganz kurz auf das noch eingehen würde, dann wird schon sehr oft, bemerke ich halt, dass dann teilweise über ein säkulares Leben gesprochen wird, das von anderen wiederum eher mehr als Laizismus verstanden wird. Wenn man sagt, man trennt Staat und Religion voneinander, ist es nicht eher mehr ein Zugang des Laizismus, wo man dann wirklich sagt, religionsfreie Schulen oder die Öffentlichkeit, was bedeutet das dann? Und für mich ist es etwas widersprüchlich, weil wie gestaltet sich das, beziehungsweise wovor haben wir eigentlich Angst? Also wovor haben wir da eigentlich Angst? Wenn wir von einer religiösen Diversität sprechen, dann wird sehr schnell reduziert, Diversität auf das Religiöse. Aber die Menschen laufen ja nicht nur als Jüdin, als Muslim, als Buddhist herum, sondern es gibt noch so viele weitere Identitätsanteile. Und bei dem, wie gestalten wir das Leben, wenn wir dann kurz bei dem Aktuellen bleiben mit der Schule, mit den Bildungseinrichtungen, ich sehe da einen gewissen Widerspruch zu sagen, wir sind für eine Religionsmündigkeit ab 14, wo dann eine sichtbare religiöse Identität ermöglicht wird. Zum anderen aber, dass der konfessionsgebundene Unterricht davor schon möglich sein soll. Also warum soll es möglich sein, in den unterschiedlichen Unterricht zu gehen? Auf der anderen Seite darf man das aber nicht einmal täglich im schulischen Leben zeigen. Ich bin da ganz bei Ihnen, dass man sagt, Ethikunterricht für alle, denn wir brauchen eine gemeinsame Sprache, wir brauchen den Austausch, ein gemeinsames Vokabular, wo wir uns miteinander verständigen können. Aber wovor haben wir Angst? Für mich ist es schon noch ein bisschen die Thematik der Angst. Wovor haben wir Angst, wenn wir sagen, wir wollen jetzt, dass die Schüler, Schülerinnen ohne einen gewissen, ohne einen Verweis auf religiöse Identitäten kommen. Und wie stellt man sich das vor, wie Sie ja schon gesagt haben? Wird dann Weihnachten, Ostern, Gottesdienst am Anruf, im Schulunterricht, also wie konsequent wird das eben weitergedacht? Also für mich tun sich da sehr, sehr viele Fragestellungen auf, wo man einfach sich das durchdenken muss, aber wir kommen dann wieder zurück zu der Frage, wie tun wir allgemein mit Diversität und dass wir da etwas Aufholbedarf haben in Österreich? Ganz viele Sachen, Herr Wiederkehr, ich glaube, da sind Sie jetzt gefordert. Das eine ist die Frage, woher haben wir Angst? Man kann es auch ein bisschen weniger emotional sagen, nämlich wogegen wollen Sie vorgehen? Welche Dynamiken? Sehen Sie das auch so, wie der Herr Heinisch, dass der politische Islam als solcher quasi mehr oder weniger nur eine Chiffre ist im Diskurs, den man übernimmt? Oder ist das tatsächlich eine Gefahr? Ich habe Angst vor einer auseinanderklaffenden Gesellschaft und wir sehen Entwicklungen in Österreich, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderklaffte. Wenn man Österreicherinnen und Österreicher fragt, da gab es eine europäische Studie, wollen sie, dass es zusätzliche muslimische Zuwanderung gibt, sagen mittlerweile 63 Prozent nein, unter keinen Umständen. Das heißt, wir sehen leider eine Mehrheit mittlerweile an Österreichern, die ganz klar gegen Zuwanderung sind, muslimischer. Und wir sehen auch eine Gegenentwicklung, dass sich manche Gruppen oder Gruppierungen oder Communities auch mehr isolieren und verschließen. Und meine Angst ist, dass es hier keinen gesellschaftlichen Dialog mehr gibt und hier auch die Extreme stärker werden. Und darum eben wichtig, dass Verbindende beim Ethikunterricht sind wir auch einer Meinung, was ich mit politischen Islam oder Strömungen, ich bin sehr viel an Wiener Schulen und rede sehr viel mit Pflichtschülern, auch im Jugendzentrum, was man schon sieht, ist eine Tendenz unter Jugendlichen vor allem oft religiös geprägt, also meines Erachtens oft ein Deckmantel, für andere zu sagen, wie man zu leben hat. Es gibt da Wertestudien von Jugendlichen, ich bekomme es auch viel von Lehrern, wo dann junge Männer den jungen Frauen sagen, so und so hast du richtig zu leben. Dass es hier einen großen Community-Druck auch gibt unter Jugendlichen und auch an Schulen gibt und da sehe ich schon, dass diese Entwicklung stärker wird und das zeigen auch die Studien, die ich dazu kenne, zum Beispiel in Jugendzentren durchgeführt mit der Frage der Akzeptanz des Anderen oder der Akzeptanz auch von jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass es hier Probleme gibt und da würde ich die Probleme festmachen und Akzeptanz des Anderen. Ja, das mit dem Druck, Gruppendruck sozusagen möchte ich dann eh noch besprechen, aber die Frage, sind Sie glaube ich noch schuldig, wie Sie das dann überhaupt umsetzen wollen? Das haben Sie ja glaube ich zuerst gesagt, wie soll das, gibt es dann keine Feste mehr, wie will man exekutieren, dass diese religiösen Symbole tatsächlich nicht vorkommen, zum Beispiel in der Schule, jetzt bei Ihrem Konzept der religionsneutralen Schule? Ja, die Frage war, warum ab 14 und nicht darüber hinaus. Wir sagen, Religion, ja, Privatsache und freie Religionsausübung ist wichtig, aber bis zu dem Alter, 14, wo man noch Kind ist, ist es auch Aufgabe der Gesellschaft, auch im Schulbereich einen religionsneutralen Raum zu schaffen und hier haben wir auch Gesellschaft eine Verantwortung, dass Kinder und Jugendliche hier vor allem religionsübergreifende Werte auch vermittelt bekommen. Drum Ethikunterricht und darum keine religiösen Symbole und Kleidungsvorschriften bis 14. Diskussion dazu wird es natürlich viel geben. Es gibt unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Systemen, ob das jetzt zekular ist oder laizistisch, ist, glaube ich, eine akademische Diskussion. Auch was hier wichtig ist, dass es eine stärkere Trennung gibt von Staat und Kirche. Und das ist die Diskussion, die wir hier auch anstoßen, die sicher nicht zu Ende geführt ist, aber weggehen soll von dem Ausschließenden hin zu einer Frage, wie leben wir miteinander. Frau Mattes, es wurde angesprochen, dieser Druck, den Sie bemerken und den, glaube ich, viele Lehrkräfte auch artikulieren, das Prominenteste war das Buch von der Frau Wiesinger, das ja auch sehr polarisiert hat und heftig diskutiert wurde, nämlich diese Generation heran, Jugendliche kommen her und sagen, Mädchen, so und so hast du dich zu kleiden oder du bist... Wie viel Toleranz kann man gegenüber der Intoleranz oder solchen Phänomenen aufbringen? Ich glaube nicht, dass das eine Frage von Toleranz ist. Burschen, die Druck auf Mädchen machen, das ist nichts, was in muslimischen Kreisen erfunden worden ist, aber es ist aktuell unter dem... oder in dieser Gruppe ein Problem und mit diesem Vokabular. Es ist sicher wichtig, dass innerhalb religiöser Communities auch theologische Ressourcen aufgewendet werden, um dagegen vorzugehen. Ich glaube, diesen Willen gibt es nicht immer, aber das Potenzial ist da. Es ist sicher auch die Frage, inwiefern man das überhaupt als ein religiöses Thema behandeln soll und muss. Also, ich denke mir, ganz oft geht es auch um Dinge, die einfach Fragen des Benehmens, des Umgangs miteinander sind, die zwar religiös betitelt werden von den Leuten, die das machen, von den Burschen, die sagen, das sei heram, aber schlicht und einfach geht es dann darum zu sagen, es gibt Regeln in unserer Schule, die Benimmregeln sind und so gehen wir nicht miteinander um. Es sind nicht unbedingt religiöse Regeln, sondern schlicht und einfach Regeln des Miteinanders. Und wenn man das so stark auf einen religiösen Diskurs umschwenken lässt, dann ist das glaube ich auch der Sache nicht zuträglich und auch nicht der Lösung solcher Probleme zuträglich. Herr Heinisch, dieser Vorschlag von den Neos, können Sie da eine Einordnung aus Ihrer Sicht treffen? Nein, ich habe Probleme damit aus zwei Gründen, weil natürlich in Österreich gibt es ja wieder Chancen über die religionsneutralen Schulen zu sprechen, dass man es gerade an den Moslems aufhängt, ist irgendwie auch sehr unverdächt, weil es sich politisch vielleicht der Widerstand geringer ist, als wenn ich jetzt beim Katholizismus da vorgehen würde und man Krippen, und überlegen, ob man Krippen aufstellt oder Sterne bastelt oder Kreuze bastelt im Kindergarten. Aber ich nehme, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, obwohl ich den Neos, die mir auch politisch etwas näher stehen, das durchaus abkaufe. Meine Position, ich habe mit Religion weniger Mut, ich komme aus einer radikal-liberalen Perspektive, nur das Problem, was ich in der ganzen Diskussion sehe, das ist ja das Perfide in Österreich, ist nämlich das, Österreich importiert gewisse Arten von Personen, nämlich Menschen niedriger Bildung und niedriger Ausbildung, weil nur die können, die importiert man, weil die sind keine Konkurrenz zum einheitlichen Arbeitsmarkt. Dann hat man Personen hier, denen die Ressourcen fehlen und dann sagt man, da kommen viele aus dem Nahen Osten, aus der Türkei oder aus Bosnien und sagen, ja, so sind die Moslems. Dass das natürlich nicht, dass die Leute so sind, weil sie wenig Ausbildung haben, nicht weil sie Moslems sind, sondern weil sie aus einer bestimmten Schicht rekordiert werden, aufgrund des österreichischen Systems. In den USA, wo ich gelebt habe, da waren viele Moslems palästinensische Ärztinnen. Wenn sie dort leben, merken sie sehr oft, die sind alle hochgebildete, hochgebildete Frauen mit Kopftuch natürlich. Keiner würde auf die Idee kommen, dass sie sich nicht zu wehren wüssten oder irgendwie das täten, weil sie von ihren Männern da drangsaliert würden. Ich meine, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, die jeder trifft, aber wir dürfen nicht vergessen, wir vermischen permanent eine soziale und eine kulturelle, soziale und kulturelle Kategorien. Und der Umstand, dass in Österreich sehr oft, wenn ich an die Uni Salzburg schaue, alle, die dort Kopftuch tragen, in der Regel sind die Leute, die dort aufräumen. Kaum Studierende, weil ich kaum Studierende sehe an der Uni Salzburg, die einen Migrationshintergrund haben. Weil in Österreich sehr selektiv Immigration über diese Schiene kommt, weil die keine Konkurrenz zu Einheimischen darstellen. Und dann wirft man diesen Leuten vor, dass sie quasi nicht die hochgebildeten, befreiten, emanzipierten Personen sind. Und ich finde das eine extrem unehrliche Diskussion und da sollte sich eine Partei wie NEOS nicht irgendwie auch nur beteiligen, weil wenn NEOS sich da schon beteiligt, ich frage mich, was macht dann zum Beispiel die FPÖ oder eine Liste Bits? Das war jetzt ein Vorwurf sozusagen. Ja, das war so. Frau Traum, wir müssen ein bisschen eine Diskussion bringen. Die Antwort dazu, wir haben bewusst in der Öffentlichkeit vom religionsneutralen Raum Schule gesprochen, nicht vom Kopftuch, die mediale Diskussion ist natürlich so aufgeheizt, dass sie kommunikativ durch die Medien in eine Richtung getrimmt wird, zeigt, wie kaputt die Diskussion ist. Und da versuchen wir halt diese kaputte Diskussion, die immer nur von den Freiheitlichen geprägt wird, immer nur gegen Ausländer geprägt wird, wegzubekommen von diesem Narrativ hin dorthin, dass wir uns überlegen, wie wir Staat und Religion miteinander verbinden. Das ist eine andere Richtung und bei der Bildungsmobilität bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben sehr viel eine bildungsferne Zuwanderung nach Österreich und was ich besonders ungerecht finde, ist, dass der Bildungsaufstieg in Österreich kaum klappt. Also auch im Vergleich Wien zum Beispiel zu Berlin, klappt in Wien der Bildungsaufstieg ganz, ganz schlecht. Auch zweite und dritte Generation von Migranten schaffen häufig den Bildungsaufstieg nicht und das ist die Katastrophe. Und auch zweite, dritte Generation von Migranten sehnt sich noch immer nicht als Österreicher in vielen Bereichen. Und das ist das Problem, was wir in Österreich haben. Zu wenig Bildungsmobilität und auch eine zu wenig offene Identität, dass man sich als Migrant auch bald als Österreicher fühlen kann. Und dorthin müssen wir kommen und darum sehe ich unsere liberale Erzählung ganz weit weg von einer rechtspopulistischen Erzählung. Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag. Ich habe eine zweite Runde mit Handlungsfeldern. In mir scheint es besser, wenn wir das am Schluss dann machen, als Vorausschau, und dass wir jetzt ein bisschen das schon eröffnen, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Ich würde sagen, eine halbe Stunde können wir erübrigen und dann können wir quasi die Handlungsfelder am Schluss so ein bisschen zu einer Synthese zusammennehmen. Ich darf Sie herzlich einladen, Ihre Fragen oder Kritikpunkte oder was auch immer zu stellen. Bitte sehr. Ja, hallo. Ich stehe mal ganz kurz auf, dann sehen mich alle. Vielen Dank zuerst einmal für diese Diskussion, die ja vor allem im Hinblick auf Schule sehr brisant ist. Ich bin selbst Lehrerin und bin eigentlich Tag für Tag in der Schule und erlebe Schule ganz nah mit. Darf ich Sie fragen, welche Schule, Volksschule? Ein Gymnasium. Gymnasium. Sogar hier relativ in der Nähe, aber ja. Auf jeden Fall, mich haben einige Punkte bewegt, möchte ich sagen. Und zwar der erste Punkt, der mich allergisch macht und der mich auch ein bisschen aufregt, ist der Punkt Migrant, also der Begriff Migrant und die Frage, wieso Migranten noch immer keine Österreicher sind. Naja, wenn man ständig von Migranten redet und von Leuten, die nicht zu Österreich gehören, sondern eben Migranten sind, dann werden wir auch immer Migranten bleiben, weil was anderes können wir leider nicht. Dann, ein anderer Punkt war die Frage nach dieser, ja, also Offenheit. Da hätte ich diese Frage zu stellen und zwar, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös, weil der Begriff Migrant macht mich einfach sauer. Und ja, das ist emotional. Und zwar, weil da die Rede war von Religion und wie Religion in der Schule gelebt wird. Also, ich bin offensichtlich eine Lehrerin mit Kopftuch und auch Deutschlehrerin und ich sehe, dass die Akzeptanz in der Schule und unter Kindern nur dann steigen kann oder nur dann möglich ist, wenn Kinder Diversität erleben können, nämlich die Diversität, die auch im Alltag vorhanden ist. Und in dem Augenblick, wo ich diese Diversität rausnehme, entstehen eben Rassismen. Ich habe sehr oft Kinder, die irgendeinen polnischen Hintergrund haben, die müssen sich dann die ganzen Polenwitze antun, wie zum Beispiel, ja, die Polen stehlen alle Autos oder ich habe auch jüdische Kinder, die sich dann immer wieder antisemitische Witze anhören müssen, weil wir in einer Schule leben, in der eben es zum Beispiel keinen Ethikunterricht gibt oder in der Diversität eben nicht gelebt wird und wo man solche Sachen, die eben noch immer brisant sind und thematisch relevant sind, nicht diskutiert werden. Und auch meine Frage ist auch, wo zieht man dann die Grenzen? Ist dann irgendwann zum Beispiel sexuelle Identität dann auch, soll man die dann auch verbergen, wenn man zum Beispiel in der Schule das Gefühl hat, man möchte sich outen oder man möchte sagen, ich fühle mich halt zu Frauen hingezogen oder zu Männern hingezogen, ist dann der Ort Schule so neutral, dass ich über so etwas nicht reden darf? Darf ich dann über so etwas gar nicht mehr reden? Darf ich über sexuelle Identität nicht reden? Über religiöse Identität nicht reden? Und meine Frage ist dann, wo kommen wir dann hin, wenn wir da immer diese Grenzen ziehen und ich würde noch mal, es tut mir leid, aber bitte der Begriff Migrant, ich bin keine Migrantin, meine Eltern waren Migranten und meine Kinder werden irgendwann auch keine Migranten mehr sein und wenn Sie hier wiederkehren möchten, dass wir Österreicherinnen sind, dann würde ich Sie bitten, auch in Ihrem Wording besser aufzupassen und auch alle anderen. Dankeschön. Gut, bitte. Ich sage ganz offen, ich bin Migrant, nach der Definition, meine Eltern sind beide Zuwanderer und ich finde es gut, dass ich migrant bin, dass meine Eltern zugewandert sind nach Österreich und dass ich hier etwas erreichen konnte. Ich finde es genau falsch, solche Begriffe, die eigentlich neutral sind, nicht zu verwenden, nur weil er politische Gegner und die politische Rechte Begriffe so deformiert, dass sie negativ gesehen werden. Was ist an Migration negativ? Wir brauchen Migration in Österreich, wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Ohne Migration könnten wir in Österreich nicht mehr überleben, könnte die Wirtschaft nicht existieren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns Begriffe nicht von rechts wegnehmen lassen dürfen, nur weil es die Intention ist, von rechts manche Begriffe so negativ darzustellen. Drum, ich werde dabei bleiben, auch wissenschaftlich in der Kategorie von Migranten zu reden und sehe mich selber auch als Kind von Zuwanderern und in der Definition auch als Migrant. Die Frage des Outings, sexuelle Orientierung, was in der Schule Platz haben darf, das soll natürlich Platz haben dürfen. Auch die Diskussion über religiöse Identität soll in der Schule Platz haben, in einem Ethikunterricht. Hier geht es nur um die offensichtliche Trennung von Menschen nach Religionshintergrund, die sichtbar ist. Und hier ist der Vorschlag, das ein bisschen zu reduzieren, um das gemeinsam stärker am Mittelpunkt zu stellen. Frau Mattes, Ich möchte nur einen Satz zur Begrifflichkeit sagen. Es ist schon problematisch, wenn wir über Religion und über Musliminnen und Muslime reden und dann von Migranten und Migrantinnen reden, weil da vielleicht der Migrationshintergrund nach der Definition, die Sie auch nennen, vielleicht gar nicht mehr gegeben ist. Und das ist problematisch, wenn dieser Konnex Religion, Migration bestehen bleibt. Ich finde, von Migrantinnen und Migranten muss man reden können, aber die Verbindung Religion und Migration ist eine heikle und da muss man, finde ich, bin ich bei Ihnen, ein bisschen auf seine Worte achten. Ja, genau, was die Begrifflichkeiten angeht, beziehungsweise bei vorhin auch von Bildungsaufstieg oder diese inwiefern sogenannte zweite, dritte Generation, dass die halt da sich schwer fortbewegen in der Bildungsbiografie, wollte ich nur noch anfügen, dass das genauso bei autochtonen Österreicher, Österreicherinnen genauso der Fall ist, weil wir in Österreich einfach noch ein relativ veraltetes Bildungssystem haben, Bildung ist nach wie vor vererbbar und insofern, wir erkennen wohl die Problematik, aber ich finde das schade, dass sich dann die Parteien, Oppositionsparteien nicht darauf stürzen oder das stärker in den Vordergrund stellen und das mehr diskutiert wird. Also, dass man sagt, wir erkennen die Problematik eines erschwerten Aufstiegs in der Bildungsbiografie, aber jetzt nicht nur auf jene, die aus erschwerten Verhältnissen kommen, sondern, dass es einfach allgemein in dem Bildungssystem verankert ist und dass das angegangen gehört. Ja, das stimmt, aber es betrifft halt so einen ganz überwiegenden Anteil Migranten, weil wir in Österreich an den Volksschulen über die Hälfte der Menschen sind zugewandert, sind Migranten und sehr, sehr viele davon aus bildungsfernen Hintergründen und da passiert der Bildungsaufstieg nicht und darum finde ich es eine Frage der Gerechtigkeit, das auch zu thematisieren, dass der Bildungsaufstieg möglich sein muss, es muss auch möglich sein zu schauen, für welche Gruppen in der Bevölkerung ist Bildungsaufstieg besonders schwer möglich, weil die Politik auf der Grundlage von solchen Informationen dann Antworten finden muss und ich finde es eine Frage der Gerechtigkeit jedes Jugendlichen Gegenübers, dass man einen Bildungsaufstieg schaffen kann und in Österreich vor allem in Wien ist das kaum möglich und ich hatte jetzt drei Monate einen Schwerpunkt zu Wiener Pflichtschulen, wo ich genau das thematisiert habe von vorne bis hinten, wie wir es schaffen mehr Gerechtigkeit ins Bildungssystem zu bekommen, dass es nicht darum geht wo du aufwächst oder was deine Eltern machen, sondern was du als einzelne Person kannst und erreichen kannst. Wollen Sie zum Bildungssystem oder zur Gerechtigkeit was sagen? Oder was, wie ist das in Amerika? Gibt es hier irgendwie Naja, vielleicht zwei Punkte ich glaube die zwei Punkte die aufgezeigt wurden die haben zwei glaube ich große Defizite das eine ist wirklich der Aufstieg die Durchlässigkeit des Bildungssystems und das trifft eben nicht nur Menschen nicht nur das trifft alle Ressourcenschwachen das trifft das trifft auch das trifft Leute die seit ewigen Zeiten hier sind ich denke immer in Salzburg als Beispiel gehen 9% der Bevölkerung an die Universität und 18% an Matura das ist im Bundesland Salzburg 18% in den USA sind es fast 54% die ans College gehen das ist natürlich nicht verglichen vielleicht mit einer österreichischen Uni aber dennoch mehr als 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 die österreichische Ausbildung hier um das zu verkehren das ist ein Problem und es ist auch für Leute die die Sprache können die die ein bisschen an Ressour haben schwierig aufzuschweigen das andere Problem ist natürlich schon die Migration im Sinne dass wir Österreich ist das europäische Land mit dem größten Missverhältnis in Westeuropa zwischen der Wohnbevölkerung und der wahlberechtigten Bevölkerung wir haben über eine Million Menschen die in Österreich hier wohnen die aber nicht wählen können und das ist natürlich langfristiger demokratiepolitisch das Problem wenn sie eine riesige Bevölkerung in Wien ist es 25% in ganz Österreich über eine Million die da nicht sich politisch nicht artikulieren können viele die Diskussionen würden sich von selbst ergeben wenn die Leute mitwählen könnten weil da gibt es dann entsprechende Interessengruppen Parteien die gewählt werden würden wenn die ausgeschlossen wären bilden sich die sogenannten Parallelgesellschaften das heißt die sind nicht Leute die dann sich nicht willkommen fühlen weil sie nicht wählen können und das hat mit den vielen Hürden zu tun die man in Österreich hat Staatsbürger zu werden Staatsbürgerin zu werden und das sind zwei getrennte Probleme und das ist etwas was demokratiepolitisch Österreich wirklich auf den Kopf fallen kann weil irgendwann irgendwann werden sich die Leute die die schon politisch artikulieren wollen entweder so oder so und was in den USA interessant ist bei aller Kritik sonst an den USA dass das relativ gut funktioniert natürlich auch in den USA trotz des globalen geopolitischen Konflikts zwischen Nahen Osten und den USA ist inneramerikanisch jetzt relativ wenig Konflikte eigentlich weil diese Aufstiegsmöglichkeiten gerade bei muslimischen Bevölkerungsteilen eher vorhanden sind da gibt es eher Latinos und andere wo es Aufstiegsprobleme gibt aber weniger bei der Immigration aus dem Nahen und Mittleren Osten Was ist da die Position der Neos oder was wäre da die Stoßrichtung würde man daran denken das zu erleichtern oder im Moment geht es ja eher in die andere Richtung Bildungsaufstieg fördern ist Nein nicht nur das sozusagen auch Staatsbürgerschaft Ja ja ganz klar ganz klar ist ein wichtiger Faktor vor allem auch politisch für die Stabilität eines Landes wenn so viele Menschen nicht wählen dürfen und nicht mitbestimmen können über die Politik wo sie leben fühlt man sich natürlich weniger zugehörig und weniger bezogen zur Demokratie und es ist eine Gefahr sehe ich genau gleich und das ist auch unsere Position als Neos Staatsbürgerschaften zu erleichtern die Verfahren da gibt es ja alle paar Jahre wieder Reformen sinnvoller zu gestalten und dass die Einbürgerung etwas Gutes ist wenn Menschen sagen sie wollen Österreicherinnen oder Österreicher werden das heißt ja Staatsbürgerschaft ist etwas Gutes aber auch ein Wahlrecht ohne Staatsbürgerschaft muss möglich sein das ist so eine Wohnsitz Bürgerschaft mit der auch ein Wahlrecht verbunden ist halte ich für wichtig ganz kürzlich war vor zwei Monaten in England habe ich mich erinnert an Ihre Erzählung jetzt aus den USA haben wir dort frühere Problemschulen in London und Umgebung angeschaut eine vorbildlichste Schule im Osten Londons mit 90-95% der Kinder dort aus Bangladesch bildungsferne Zuwanderung 95% aus einer Ethnie in einer Schule und dort wird es gar nicht als Problem gesehen überhaupt nicht gar nicht sondern die Schule hat es geschafft zu einer der besten Schulen in dieser Region zu werden und von diesen Kindern aus Bangladesch von denen fast alle aus bildungsfernen Hintergründen kommen schafft es über die Hälfte an die Uni zu kommen aus dieser Schule das ist auch möglich jetzt muss ich eine kätzerische Nachfrage stellen welche religiösen Hintergründe sind hier der Fall die sind muslimisch die sind muslimisch Bangladesch ist 90% 80% der Bevölkerung muslimisch sehr 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 stark muslimisch geprägt ok jetzt sind wieder Sie am Wort ich glaube da gibt es noch einige ganz hitzige Punkte die man diskutieren kann bitte sehr ja ich bedanke mich auch für die interessante Diskussion und ich hätte noch eine Frage dazu inwiefern man eigentlich einen religionsfreien Raum eben in dem Fall wie es gefordert wird in die Schule als religionsneutral bezeichnen kann weil wenn ich eben auch an diese diese Vorschläge denke fallen mir in erster Linie Beispiel aus der NMS ein ich bin auch Lehrerin und zwar ist es dort so dass zum Beispiel auch ganz viele andere Minderheiten zum Beispiel Roma oder auch andere serbisch-orthodox geprägte Kinder zum Beispiel auch mit diesen heiligen Bändern in die Schule kommen und für sie ist das einfach ein extrem wichtiger Punkt der eigenen Identität und wenn ich jetzt mir diese Kinder vorstelle und dass sie plötzlich diesen Punkt ihrer Identität genauso wie eben kopftuchtragende Mädchen oder SIX nicht mehr mitnehmen können in die Schule sehe ich da einfach dann die extrem große Gefahr dass sie nicht das Gefühl haben ja du kannst hier sein du gehörst zu uns sondern du kannst bei uns sein aber dieser Teil deiner Identität wird abgelehnt und ich glaube es ist eben viel mehr eben diskriminierend gegenüber allen Religionen auch wenn wir jetzt in Österreich vielleicht eher das andere Extrem haben dem Atheismus gegenüber aber dennoch ist es einfach eine Diskriminierung die eher zu Ausschluss und zu dem Gefühl ausgeschlossen zu werden führen kann Herr Wiederkehr und dann vielleicht Frau Mattes wenn Sie etwas sagen wollen dazu mich ist nicht diskriminierend weil alle gleich sind vor unserer Vorstellung vor unserem Gesetz darum wäre es meines Erachtens nicht diskriminierend Unterschied der Religionsneutral zu Religionsfrei ist das natürlich im Ethikunterricht man sich auch über Religionen und deren Hintergründe verständigt und das nicht tabuisiert wird sondern natürlich auch mitbehandelt wird aber eben die sichtbare Unterscheidung nach Religionsgruppen bei Minderjährigen nicht im Mittelpunkt sein soll und ja manche Achtjähriger haben eine Identität mit Religion aber die starke Vernetzung der eigenen Identität mit der Entscheidung ich bin religiös das entsteht ja erst im Laufe der Jugend auch also wir sehen es einfach mit dem Zeitpunkt 14 eigene Entscheidung und dann auch freie Bekleidung Frau Mattes zu diesem Punkt der Identität ja also ich denke der kleinste gemeinsame Nenner ist liberale Demokratie das heißt Freiheit und Gleichheit das soll möglichst hergestellt sein das kann funktionieren so wie in Österreich bisher durch eine inklusive religionspolitische Tradition oder durch eine laizistische durchaus auch aber diesen Raum zu schaffen ist mehr oder weniger ein Totalumbau der österreichischen Religionspolitik also es ist ein großes Vorhaben ich halte politisch nicht sehr realistisch das durchzusetzen noch eine andere Frage ist natürlich wie sich das auf individuelle Integrationsprozesse das Gefühl von Zugehörigkeit diese Fragen auswirkt und ich denke dass auch Kinder unter 14 durchaus mitkriegen wie das Anderssein der Eltern und diese Dinge politisiert sind und die Schule zu einem Raum zu machen in dem das sozusagen runter nivelliert wird auf alles ist gleich halte ich für für schwierig in gewisser Weise also ich glaube das funktioniert auch in laizistischen Settings wie beispielsweise in Frankreich nur so mittelprächtig das kann man wohl sagen darf ich dazu was sagen ja bitte nein bitte schon am Wort ist es an ja ich möchte zu den Damen etwas sagen ich glaube es gibt eine Begriffsverwirrung zwischen Individualität und Gruppenidentität niemand hat was dagegen wenn ich den Hut auf den Kopf mit einem Tattoo in die Schule komme oder vielleicht ich oute als Schwul Lesbe wie auch immer das ist Individualität das ist auch Diversität das ist tolerabel das ist wunderbar Schwierigkeiten haben wir ja mit Identitätspolitik Identitätspolitik und das bedeutet es werden Kinder im Kindergarten getrennt nach bestimmten Gruppen die Kinder sind ja nicht religiös die Eltern sind religiös es gibt ein ganz altes Experiment aus den 60er Jahren ich kann ich weiß nicht den Namen der Studienleiter jetzt nicht benennen aber man hat Kinder in einer Schule willkürlich benannt nach Gruppe A und Gruppe B Du gehörst zur Gruppe A Du gehörst zur Gruppe B Was ist passiert? Die Kinder der Gruppe A haben sich solidarisiert miteinander die Kinder der Gruppe B haben sich solidarisiert miteinander und sie haben sich ihre Antipathien gegeneinander gegen die anderen Gruppen an den Kopf geworfen sie sind die Aggressivität von der Solidarität der einen Gruppe ist übergesprungen als Aggressivität auf die andere Gruppe und so funktioniert Religion evolutionsbiologisch betrachtet Liebe deinen Nächsten bedeutet Liebe deine eigene Gruppe und sei feindlich gegen die andere Gruppe wenn man Zwietracht sehen will dann soll man den Kindern ein gruppenidentisches identitätspolitisches Stigma umhängen man soll sie markieren man soll ihnen ein Nudelsieb aufsetzen sagen ihr seid alle Atheisten und die anderen sind alle religiös dann haben wir den Krieg im Klassenzimmer danke ok gut wer will jetzt was dazu sagen bitte sehr ich glaube zum einen ist Religion ist ja ein Bezugssystem so wie Kultur Sprache Tradition ja auch und insofern hat das immer das Potenzial insofern hat das immer das Potenzial Menschen voneinander zu trennen und hier geht es ja darum darüber nachzudenken wie kann ein produktives Zusammenleben gelingen trotz unterschiedlicher trennender Elemente es kann ja sein dass in einer Klasse so und so viele eine andere Muttersprache haben aber die gemeinsame Sprache ist Deutsch könnte man genauso sagen das ist jetzt das Trennende und deswegen gibt es jetzt Klassenkampf und Klassenkrieg und ich weiß nicht was und ich finde es aber ehrlich gesagt noch problematisch dass man Menschen die ihre sexuelle Orientierung oder Tattoos oder die Beispiele die sie gebracht haben das als Individualität zu versehen und all jene die eine sichtbare religiöse Identität nach außen tragen dass denen eine gewisse Gruppen was war jetzt das Wort Gruppenidentität dass ihnen das so zu danke und da geht es nein so lautet die nicht auf jeden Fall ich finde das nein lautet nicht so kann man gerne noch mal nachlesen auf jeden Fall ich finde das problematisch wenn man dann beginnt Menschen mit einer sichtbaren religiösen Identität wir haben jetzt unterschiedliche Beispiele gehört wie in verschiedensten konfessionellen Gruppierungen das sichtbar ist nach außen wenn man jenen unterstellt dass das sozusagen nur eine Gruppenidentität vorhanden ist und ihnen eigentlich insofern das Subjektsein abspricht den individuellen Zugang zur Religion abspricht wenn man und das rate ich wirklich also wir haben es jetzt schon einige Male genannt mit dieser Kontakthypothese also wenn man in den Dialog geht wenn man Menschen kennenlernt merkt man eigentlich wie unterschiedlich Menschen sind die sich als Muslime und Musliminnen sehen wie divers da die Bandbreite ist und auch Menschen laufen nicht herum und sagen ich gehöre nur jener Religion sondern da gibt es ganz ganz unterschiedliche Anteile die ineinander wirken und mir fällt dann sehr oft auf dass es eigentlich mit einer gewissen Brille zu tun hat die wir uns aufsetzen wie wir Menschen betrachten dass hier eigentlich schon das Trennende beginnt und nicht eigentlich bei den Menschen wie sie zusammenleben sondern wenn wir jetzt hergehen und sagen das Kopftuch ist etwas was uns voneinander trennt dann hat das sehr viel mit dieser gewissen Deutungshoheit zu tun und hier plädiere ich wirklich dafür dass wir dabei bleiben dass die Menschen immer noch für sich selbst sprechen dürfen auch als Individuum sprechen dürfen und wir eigentlich nicht in die Falle tappen und sagen ja das geht nämlich so weiter die Muslime denken ja alle gleich oder die haben ja alle so eine gewisse Gruppenidentität haben sie nicht haben sie nicht und wenn man da in den Dialog tritt merkt man wie unterschiedlich und diverse sind und das funktioniert ganz genauso diese Kriege auch ohne Religion wenn wir uns die europäische Geschichte anschauen brauche ich jetzt keine Beispiele bringen hat wunderbar auch ohne Religion funktioniert welche Ideologien da auch wirken dass Menschen sich gegenseitig in Schäler einschlagen da brauchen wir nicht unbedingt Religion dazu Frau Mattes das mit der Gruppenidentität mit diesem Beispiel das hier genannt wurde wie sehen Sie das ich glaube die Frage was ist eine Gruppenidentität und was ist eine individuelle Identität ist eine ein bisschen gekünstelte weil jeder Identität sich immer auf eine Referenzgruppe bezieht seine Uniform sowieso kommen die Jungs in den abgerissenen Jeans der eine der andere hat irgendwie ja Benetton leider das ist Individualität und eine Fußballmannschaft hat einen Rekord die sind alle gleich da ist das ist der Unterschied und ich gebe Ihnen noch ein Beispiel meine Eltern waren Sudetendeutsche die Sudetendeutschen waren ich muss es sagen ich muss es leider sagen die waren in den 20er 30er Jahren irgendwo beim Nationalsozialismus und sie haben darauf bestanden als deutsch erkennlich zu sein und die Frauen haben weiße Strümpfe getragen nicht aus religiösen Überlegungen sondern weil Sudetendeutsche waren und damit man sie ja sieht das sind Sudetendeutsche und die Sudetendeutschen werden in jedem Jahr keinen Fall je einen Tschechen heiraten so und dann haben wir den Zwist gehabt verstehen Sie was ich meine jetzt ist die Frage an die Damen mit dem Kopftuch heranwesend können Sie sich vorstellen einen lieben klinischen Mann zu heiraten ok ja ok gut danke danke vielmals ja ja ok will jemand von Ihnen will jemand von den Damen kommen ohne Zwang sozusagen also ehrlich gesagt würde ich gerne zu etwas anderem Stellung nehmen was ich für wichtiger erachte als meine Heiratsgewohnheiten ich bin Malice Parchman Vertreterin der Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen wir hatten schon ein sehr konstruktives Gespräch mit Herrn Wiederkehr und freuen uns auch sehr dass unsere Forderung nach einer Ombudsstelle gegen Diskriminierung aus unserem 10-Punkte-Plan übernommen wurde wir finden allerdings den Vorstoß der NEOS als katastrophal um ehrlich zu sein die liberale Position unterscheidet sich von der rechten Position im Grunde nur dadurch dass es sich um indirekte Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz handelt und nicht als direkte Diskriminierung durchkommt dadurch dass im Gesetzestext nicht eine explizite Gruppe herausgenommen wird aber nur explizit eine Gruppe davon betroffen ist handelt es sich genauso um Diskriminierung es wird immer die Kippa außen vor gelassen die ist auch betroffen es ist wir haben heute auch einen Artikel von Alexa Weiß bekommen in dem sie ganz stark darauf pocht dass die religiöse Erziehung von Kindern in den Entscheidungsvollmacht der Eltern fällt wie und in welcher Religion Kinder erzogen werden genauso wie welche Ärzte sie besuchen oder welches Essen sie essen ob vegan oder nicht ist die Entscheidung der Erziehungsberechtigten und nicht des Staates das ist mal das eine wir sind natürlich begeistert von dieser Idee des Ethikunterrichts des gemeinsamen wenn er noch zusätzlich zum Religionsunterricht angeboten wird wir sehen ein Verbot einfach als sehr bedenklich also bedenklich ist zugegebenermaßen eigentlich ein sehr schwaches Wort sie sehen auch wo sie Beifall bekommen für ihren Vorschlag würde ich mal sagen das disqualifiziert das Ganze denke ich mir eh schon von selbst alle Kinder sind gleich hoffen sie es ist aber jetzt schon nicht der Fall wir sehen dass wir in den Diskriminierungsfällen die uns gemeldet wurden 50% islamophoben Hintergrund haben weitere 40% ethnische Herkunft in 60% der religiösen Diskriminierungen ist die Religion nicht sichtbar deswegen ist eine unsichtbar Machung der Religionszugehörigkeit kein Schutz vor Diskriminierung das ist ein Denkfehler es schützt nicht es wird assoziiert durch Namen und wenn wir dann erst integriert sind wenn niemand mehr Mustafa und Mohammed heißt dann haben wir absolut verloren in dieser Gesellschaft wir müssen endlich an diesen Punkt kommen wo Vielfalt umarmt wird wo das eine Stärke unserer Gesellschaft wird und ich muss der Kollegin dazu stimmen dass Migration und Religion einfach komplett verschiedene Kapitel sind ich bin selbst Österreicherin mit absolut österreichischem Hintergrund und lebe europäische Werte indem ich meine Religionsfreiheit wahrnehme Danke da sind Sie jetzt waren viele Punkte und ich glaube viele über die wir auch noch gerne auch persönlich diskutieren können ich sehe da natürlich unterschiedliche Ansichten die auch in manchen Bereichen nicht zu verbinden sind auf jeden Einzelnen einzugehen wird nicht so viel Sinn auch haben Ethik Unterricht Religionsunterricht habe ich andere Auffassung ich sage verpflichtender Ethik Unterricht Religions Unterricht fakultativ weil sonst bringt es nicht so viel ein Punkt ja Eltern haben die Entscheidung und die Freiheit ihre Kinder zu erziehen allerdings sind die Kinder nicht das Eigentum der Eltern das heißt hier muss man auch schauen dass Kinder auch ein Recht haben und Kinderrechte in gewissem Maße einzuhalten sind und hier sehe ich es nicht so dass die Religion alles bestimmen kann wenn durch die Religion zum Beispiel eine Genitalverstümmelung argumentiert wird sage ich nein sicher nicht das ist das Recht des Kindes weil es hier nur zu sagen die Eltern haben das Recht zu sagen wie das Kind zu leben hat ist nicht aus meiner individuellen Perspektive das ist natürlich ein heißes Thema weil da sind wir auch bei der Beschneidung das sind für mich Themen die im Zusammenhang liegen wie stark darf ich als Elternteil das Leben meines Kindes bestimmen oder wie stark darf im Kindergarten Religion eine Rolle spielen dass kleine Kinder schon frühzeitig religiös auf gewisse Art und Weise dann Vorstellungen vom Leben bekommen und ob ein Kind im Kindergarten dann Kopftuch trägt oder nicht ist zumindest im Kindergarten wahrscheinlich nicht die eigene Entscheidung sondern eine Vorstellung der Eltern und da sehe ich schon die Verantwortung des Staates auch zu sagen hier ist ein Stopp Kinder im Kindergarten anhand von äußeren Merkmalen zu unterscheiden halte ich nicht für zielführend Ok Kurz bitte Also ja aber wir sprechen hier vom Verboten Also die wenigen Mädchen die ich kenne in Volksschulen wobei eines das ich kenne Schulstufen beste ist muss ich sagen dass es oftmals einfach ein nachahmender Mutter ist das kann man ungefähr kategorisieren mit dem Anstreichen der Fingernägel von dreijährigen Mädchen im Kindergarten wenn sie es bei der Mama sehen dann wollen sie es halt auch machen die Frage ist was für eine Message sende ich an diese Mädchen wenn ich kriminalisiere dass sie das tragen was ihre Mutter trägt Kriminalisieren Sie werden es halt im Schulumfeld nicht mehr machen weil es die Regel in der Schule ist für mich ist es keine Kriminalisierung sondern eine Regel im Schulumfeld die dann eingehalten wird Ok Wir haben hier zwei Wortmeldungen Der Herr bitte und dann der Herr rechts Ich bin wie der Lehrer noch kurz etwas Bitte mit dem Mikrofon bitte an die Geschichte erinnern Also ich bin 1942 geboren in Tirol Also sprich 100% katholisch Also in den 50er Jahren war ein Evangelischer war ja schon ein Heide So war die Erziehung damals Toleranz habe ich aus in der katholischen Kirche nicht gelernt die habe ich jetzt einmal gekriegt nachdem ich aus der Kirche ausgetreten war So einmal zu dem Religionsfreiheit und die Eltern bestimmen selbstverständlich wurden wir alle gezwungen in die Kirche zu gehen in den Religionsunterricht zu gehen Wenn man nicht hingegangen wäre war man Außenseiter So Am Gnasium war es genauso dann mit dem Religionsunterricht und wir hatten glaube ich zehn oder fünf evangelische Schüler die hatten dann einmal wurden alle zusammengefasst zum Religionsunterricht So Ich bin für Religionsfreiheit und der Staat hat sie da rauszuhalten Warum überlasst man das nicht einmal den Schulen die Symbole reinzutun Ich bin auch dafür zur Religion zu stehen und die Symbole zu haben und wenn eine Schule entschließt ein Kreuz in der Schulklasse zu haben und es kommt ein Mädchen mit Kopftuch rein deshalb fällt das Kreuz nicht runter und wenn das Mädchen mit dem Kopftuch reingeht wird es auch vom Kreuz nicht erschlagen Aber aber die sitzen miteinander und da ist die Gemeinschaft wenn ich immer umschaue wenn ich in der U-Bahn fahre gerade die Kinder egal was für Farbe sie haben oder auch Religionen was man sieht wie nett die Kinder miteinander umgehen das Problem liegt bei den Erwachsenen da fehlt es einfach an der Toleranz Ich habe da auch ich habe überhaupt wenig Verständnis weil ich das Glück hatte 1965 schon also in jungen Jahren nach Deutschland zu gehen habe mein ganzes Berufsleben dort verbracht warum weil in Österreich keine Chance hatte als kriegsbedingter Halbweise aus dem Dorf ohne Parteibuch in Deutschland bin ich zu einer Eignungsprüfung eingeladen worden und habe meine Karriere gemacht und jetzt die zwei Sachen noch deswegen Identitäten Staatsbürgerschaft bin ich ein Österreicher ja warum weil ich einen österreichischen Pass habe und warum weil mein Heimatland Tirol zu Österreich gehört und ich bin nach wie vor gern in Wien und bin ein Wiener aber deswegen bin ich bei den Neos auch ich bin für ein Europa der Regionen und nicht der Nationen in 100 Jahren wie oft sind in Österreich die Grenzen verschoben worden also was soll der ganze Quatsch und mit der Religion ist genau das gleiche so danke ok will jemand replizieren von Ihnen weil sonst haben wir die nächste Wortmeldung von dem Herrn in der zweiten Reihe ja hallo also ich schließe mich dem netten Herrn auch ganz an ich wie Sie auch vielleicht hören ich bin Migrant ich bin seit zwei Jahren erst hier in Österreich und Europa der Region finde ich super cool zwei prägnante Fragen und zwar erst mal an den Herrn Wiederkehr ich will Sie erst mal ein bisschen daran festnageln wenn Sie das jetzt so weiter durchziehen würden mit religiöser Neutralität an den Schulen wie sehen Sie es da dann mit dem katholischen evangelischen Gottesdienst und mit der Weihnachts und Osterfeierei mit ja mit Adventsgrenzen etc würden Sie das dann auch verbannen wollen oder würden Sie das dann behalten wollen oder wie würden Sie das als Policy-mäßig durchziehen wollen und die zweite Frage an den Herrn Heinisch welche Parallelen und Unterschiede sehen Sie aus Ihrer Perspektive oder theoretischen oder ganz real praktischen zwischen der dem ich sag jetzt mal national ethnisch basierten Policies die betrieben wurden bis 2001 und den eher religiös basierten Policies die seitdem jetzt herrschen also ganz starker Kontrastpunkt dazu zum Beispiel das Ali Video wie das jetzt zum Beispiel rangiert wurde als diese muslimische Gruppe etc und welche parallelen Unterschiede Sie sehen zu den 90er Jahren mit Staatsbürgerschaftsdiskursen etc da wäre ich Wollen Sie mal gleich beginnen Herr Heinisch Wir haben für Brookings das ist eine amerikanische Stiftung gerade mit österreichischen FPÖ-Politikern Interviews geführt mit Udo Landbauer vor kurzem in St. Pölten gesprochen und die Frau Schwarzeck ich kann hier sagen die Salzburger Landespartei macht bei mir sogar ihr Populismus-Seminar ihre Masterarbeit also ich habe sehr intensiven Kontakt mit der FPÖ und es ist nicht uninteressant wenn man sich mit dem beschäftigt man muss ja auch was erfahren und was herauskommt wenn man zu Religion fragt sagen Sie Ihnen allen Ihnen geht es eigentlich um Religion es geht Ihnen um die Identitätsfrage also das sind natürlich die Identitätsfragen also die FPÖ war natürlich eine mittelständische deutschnationale Partei bis in die Mitte der Anfang der 90er das kann man auch sogar messen wem Sie mehr Wähler und Wählerinnen wegnehmen und dann kam Unterheider der Schwenk und wurde so eine Austropatriotische Partei und mit diesem Österreich-Pathiotismus wurden die autochthomen Minderheiten eigentlich salonfähig da gibt es im FPÖ-Parteiprogramm sogar eine Änderung dass die traditionellen Minderheiten in Österreich geschützt werden sollen und auch eine explizite Befürwortung sukzessive der Immigration aus anderen europäischen Ländern da gab es einen großen Schwenk und gleichzeitig wurde aber das durch eine neue Gruppe die ein Problem darstellt oder die quasi wenn Sie so wollen negativ gesehen wird das ist die Zuwanderung aus dem außereuropäischen Raum und besonders aus dem aus dem aus dem muslimischen Raum wobei die FPÖ sogar die Bosnie ausnimmt das ist ganz interessant also dass sie das aber ich sehe das nach wie vor als eine sehr ähnliche Identitätsdebatte der Unterschied ist einfach dass für die FPÖ die deutschnationale Frage wahlwichtig war bis in die 80er Jahre weil die in Oberösterreich vor allem in Kärnten wo die FPÖ Wähler und Wählerinnen ansprach damit aber die Wähler gibt es nicht mehr das interessiert heute nicht mehr die FPÖ würde mit einem deutschnationalen Programm keine Wähler und Wählerinnen finden mit einer austropatriotischen noch immer so einem diffusen Katholizismus verankerten in einer Religionsdebatte findet sie natürlich Wähler und Wählerinnen ich sehe das als rein strategisches Kalkül der FPÖ das zu thematisieren wenn Sie so wollen ist so ein bisschen die Krone Zeitung also das Austrian Tabloid die haben das da thematisiert und das verfolgen sie eigentlich und das ist ein sehr gutes Beispiel für die FPÖ hier zwischen Freund und Feind zwischen dem anderen zu unterscheiden interessanterweise würden wahrscheinlich da auch Juden und Sikhs und zwar hineinfallen aber das wird bewusst ausgenommen weil die FPÖ versucht Respektabilität zu signalisieren durch indem sie sagt wir sind keine antisemitische Partei Strache fährt geht nach Yad Vashem fährt nach Israel und so weiter weil man weiß dass das negativ besetzt ist und das auch mit der ÖVP Probleme bringen würde daher eben diese und das interessiert auch die meisten Österreicher im Prinzip nicht das ist wenig Wähler wirksam ich sehe die FPÖ viel weniger als ideologische Partei ich sehe die FPÖ als populistische Partei die sehr bereit ist dem Wähler Wählerinstinkt zu folgen sehr flexibel auf neue Themen einzusteigen und das zu thematisieren was ihr einen Machtvorteil in der Diskussion verschafft und die Frage der Identität da ist sie allein auf weiterer Spur bis kurz das dann auch für sich entdeckte aber da hat sie noch Profil und das ist für sie die Möglichkeit an Wähler anzubinden ich glaube das ist das Entscheidende und das kann sie dann auch immer wieder noch forcieren wenn die Wählerstimme zurückgehen würde würde die FPÖ das auch noch wieder thematisieren ich sehe das als rein strategisches Kalkül der letzte Punkt den ich sagen würde ist vielleicht auch zu Ihnen vorher ich glaube dass in einer liberalen Demokratie jeder das Recht hat das T-Shirt jeder Fußballmannschaft anzusehen also auch wenn es eine Gruppenidentität ist hat trotzdem jeder Einzelne das Recht sich für eine Gruppenidentität zu entscheiden weil wer soll entscheiden und welches Gremium ist neutral um zu sagen da ziehe ich die Grenze das Problem ist ja dass man ja selber auch in meiner Gruppe angehört und wenn Sie mal aus dem Ausland kommen sehen Sie ja wie sehr ja hier auch Gruppen und kollektive Identitäten sind das heißt das kann man nie voll und ganz unterscheiden und das kann man auch nicht rechtlich regeln wenn man es versucht rechtlich zu regeln treffen Sie immer eine Gruppe ganz besonders und da ist eben die Unfair die Unfairnis und das ist eben das Problem dass das nie gleich anwendbar ist im Alltag und ich glaube wie Sie es vorher auch gesagt haben gelebte Diversität letzten Endes ist ein Umgehen lernen das notwendig ist und dass man das mit 14 dann lernt und vorher nicht das ist halt sehr komisch und ich glaube das schafft natürlich neue Probleme die man nicht lösen wird und da schafft man einen neuen Konflikt in der Schule Okay wir haben jetzt einen Punkt es ist jetzt zwei Minuten vor acht Sie müssen um acht weg sollen wir jetzt die Antwort des Herrn Wiederkehr noch haben und an Ihr letztes in der letzten Runde alles klar gut dann machen wir so dann jetzt von Ihnen die Antwort auf die Frage wie Sie das tatsächlich exekutieren wollen die Policy sozusagen gibt es dann eben keine Adventgrenze und keine Messen mehr Adventkranz im Rahmen eines Ethikunterrichts kann man sicher sich über religiöse Symbole auch unterhalten und sich diese Kulturen aus den Religionen auch ansehen halte ich nicht für nicht machbar ein Religionsunterricht für die ganze Schule gibt es das noch? Schulgottesdienste gibt es sozusagen Schulgottesdienste oder ein Adventkranz im Kirchenraum doch freilich natürlich verpflichtend natürlich nicht das ist Sache der Religionsgemeinschaften diesen zu organisieren und nicht der Schule sonst wäre es kein schulneutraler Raum in unserer Vorstellung in unserer Vorstellung in unserer Vorstellung religionsneutraler Raum heißt natürlich nicht von der Schule selbst sondern organisierter Gottesdienst wenn es den noch gibt das wusste ich gar nicht da ist die konkrete Ausgestaltung ich blitze mich auf Sie nicht sehr realistisch in Österreich das wäre ein kompletter Bruch des bisherigen Systems wie Religion und Staat gemeinsam organisiert ist das Gedankenanstoß der Versuch auch die Debatte in eine gewisse andere Richtung zu bringen das wird nicht von heute auf morgen ein streng laizistischer Staat werden in Österreich aber wir sind im anderen Extrem von einer sehr engen Verzahnung von Staat und Kirche und mein Anliegen wäre es ein bisschen weiter in eine andere Richtung zu bringen Ich möchte jetzt zur Schlussrunde kommen nämlich ein bisschen so die Handlungsfelder aufzeigen wie man jetzt aus diesem Status Quo was möglichst Konstruktives machen kann ich möchte mit Ihnen Frau Mattes beginnen wir haben jetzt sehr viel über die konkreten Lebensumstände gehört unter denen hier jetzt jeweils agiert wird wie würden denn Sie sagen wie kann man hier gute Beispiele quasi des Zusammenlebens in den Diskurs einbringen und angesichts dessen was da jetzt gerade diskutiert wird was wäre da Ihr Wunsch wie sich das politisch entwickelt Ich denke Stimmen sichtbar machen Stimmen Raum geben so wie das dieses Buch tut das nach einem Jahr immer noch Leute herbringt ist ein guter Weg auch guter Journalismus ist wichtig gerade in Zeiten wo Politik mit Studien gemacht wird es ist wichtig dass Journalistinnen und Journalisten ihre Aufgabe ernst nehmen und da auch nachhaken was heißt das und nicht nicht nur Ergebnisse die die dann gewollt kommuniziert werden einfach so kopieren also dass die Medien eine gute Rolle als Transporteur einer diversen Welt einnehmen das wäre mein Wunsch natürlich weiß ich dass das oft in der Praxis schwierig ist die stehen auch unter Zeitdruck das ist von Redaktionen oft gar nicht gewollt und es ist natürlich auch ein Problem dass die dass die schönen Einzelfallgeschichten wo Dinge funktionieren kaum in der Lage sein werden gegen einen mittlerweile so überwältigenden rechtspopulistischen Diskurs zu wirken aber es gilt zumindest zu versuchen denke ich ich glaube Diversität funktioniert viel öfter als sie nicht funktioniert sonst würden wir uns hier in dem Raum wahrscheinlich die Köpfe einschlagen und jeder Einzelne jeder Einzelne alle die irgendwo politisch aktiv sind die in öffentlichen Räumen sprechen können können ja sich an die Fahnen heften auch diese positive Beispiele sichtbar zu machen für Musliminnen und besonders Musliminnen mit Kopftuch wäre es sicher wichtig auch in Positionen zu kommen politische Positionen sichtbare Positionen in öffentlichen Bereichen damit nicht diejenigen die die Universität Salzburg reinigen die Einzigen sind die ein Kopftuch tragen das ist problematisch ich habe Studierende mit Kopftuch die Gott sei Dank allen Göttern sei Dank sehr aktiv partizipieren und andere Bilder in die Uni hineintragen und davon braucht es mehr dass sich das nicht auf so ein Ende der Gesellschaft zusammenstaucht Ammani Abusara an Sie die Frage einerseits natürlich auch was Sie sich erhoffen von politischer Seite aber auch inwiefern Musliminnen und Muslime selbst gefordert sind oder sich einbringen können weil es irgendwie auch im Namen einer Religion oder einer pivotierten Religion falsch läuft Stichwort Generation Haram oder so diese Drucksituationen wo Burschen Mädels unter Druck setzen Ja also das sind das eine ist ich glaube wo Muslime und Musliminnen gefordert sind ist da würde ich dem anschließen was Sie gesagt haben mit der Strategie vielleicht nicht so sehr in die Falle zu tappen dass man bei Generation Haram dann beginnt auf theologischer Ebene zu argumentieren sondern eher mehr diese soziale Faktoren hervorzukehren zu überlegen wie kann man das im schulischen Raum mit pädagogischen Mitteln in den Griff bekommen und vor allem Muslime und Musliminnen sind sehr gefordert in der Gesellschaft also wirklich sehr gefordert sich zu überlegen wo stehe ich was macht mich aus was macht meine Identität aus und nicht in dieser Verteidigungsposition zu verharren und dabei aber auch sich selbstkritischen Fragen zu verschließen also ich glaube dieser selbstkritische Blick innerhalb der muslimischen Community ist sehr wichtig denn ja es gibt Handlungsbedarf an unterschiedlichen Ecken und Enden was aber nicht heißt dass man nicht außer Acht lassen darf dass es eine gewisse Strategie ist dass gewisse Themen und eine Politik gefahren wird weil eben auch Wähler-Wählerinnen-Stimmen lukriert und weil man auch diese Politik dementsprechend so fahren kann und was ich mir da wünschen würde auf einer breiteren Ebene ist Mut also einer Oppositionspolitik und von Politiker Politikerinnen gewisse Visionen zu fahren wo Menschen nicht ausgeschlossen und nicht diskriminiert werden ich glaube es ist an der Zeit das ist ganz ganz wichtig dass Menschen Position beziehen auf allen Ebenen sowohl Muslime und Musliminnen was sehr viel Innenschau braucht aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene eben nicht hinterher zu hecheln einer Strategie des Populismus des Rassismus und darauf zu reagieren sondern eigene Standpunkte zu setzen und auf einer individuellen Ebene ist es glaube ich ganz wichtig vermehrt auch daran zu arbeiten mit Thomas Bauer gesprochen an einer kulturellen Ambiguitätstoleranz dass wir es lernen damit umzugehen dass es Menschen gibt die anders glauben leben lieben als wir selbst wir sind nicht die Norm das heißt es wird oft so verhandelt wie wenn es eine Norm der österreichischen Identität gibt alle die nicht so aussehen so heißen alles was abweicht ist so das was man irgendwie fremd markiert und das gilt es in Frage zu stellen und wieder damit umgehen zu können dass es widersprüchliche Lebensentwürfe gibt und das sozusagen auf sich selbst gerichtet in der eigenen Lebensbiografie es genug Widersprüche gibt um zu erkennen dass man das auch anderen Menschen zugesteht okay herzlichen Dank Herr Heinisch der neue Normalzustand in der Politik ist eben sage ich mal populistisch getriggert wie welche wie kriegt man hier alternative Diskurse die irgendwie konstruktiv sind zustande was wäre hier gefordert in Österreich naja was wurde schon angesprochen ich meine vielleicht wenn ich mich vorausschicken darf ich rede jetzt nicht an einem naiven Multikulturalismus das kann man sehr schön zeigen dass Menschen das hat mit Religion oder mit ethischen Differenzen wenig zu tun Menschen vertrauen immer Menschen die so sind wie man selber ist dadurch ist auch im Dorf das Vertrauen und dann immer größer in der Stadt wenn der Stadt treffe ich auf viel mehr unterschiedliche Menschen unabhängig wo die jetzt her sind das hat einfach mit der Diversität zu tun das scheint etwas sehr ursprüngliches zu sein dass ich immer davon ausgehe dass jemand der also aussieht der so agiert wie ich mir ähnlich ist das äußert sich da den unterschiedlichen Vertrauen das kann man messen Vertrauen nicht im kleinen Dorf oder Vertrauen in einer Stadt nimmt er ab auch in einer Stadt wo nur wo jetzt sagen wir alle Menschen die selbe Religion hätten und alle irgendwo den ethnischen Background hätten trotzdem wäre das unterschiedlich wenn er jetzt Zuwanderung kommt die Leute noch anders empfunden werden oder die sich anders geben dann sinkt das Vertrauen natürlich zuerst und jetzt ist die Frage wie die Meinungsführer und Führerinnen mit dem umgehen ob ich das Ganze dann eskaliere indem ich dann das noch verstärke dieses Gefühl oder ob ich versuche durch Aufklärung durch öffentliches Auftreten einfach die Dinge anzusprechen wenn Sie Österreicher und Österreicherinnen fragen wie viele Moslems gibt es in Österreich kommen Schätzungen 20, 30 Prozent dabei sind es knapp über 7 Prozent und das zeigt Ihnen ja was hier passiert wenn ich einfach über die die realen Verhältnisse sprechen würde und wenn die Politik sich mehr an dem orientieren würde wenn also nicht rechte Politiker sondern andere Politiker einfach eine Meinungsführer versuchen das wieder an sich zu reißen und einfach dagegen sprechen wir haben auch Sie haben es vorher schon angesprochen man sieht in der letzten österreichischen Wahlstudie sehr schön dass genau dort wo es kaum Zuwanderung gibt die Vorteile am größten sind das ist fast wirklich klischeehaft also die Korrelation die extrem ausgeprägt ist in Wien ist sie relativ gering und in Vorarlberg ist sie auch sehr gering es ist sehr heterogen aber in Teilen Kernen ist sie extrem hoch wo es keine Zuwanderung gibt das heißt es wäre immer notwendig einfach die Dinge so auszusprechen und dass die Menschen mit Meinungsführerschaft einfach die Dinge auch so benennen letzten Endes glaube ich dass wenn die Mechanismen funktionieren das heißt wenn Diskriminierung abgebaut wird wenn Menschen gleiche Rechte haben lösen sie diese Probleme von selber ich glaube wir haben dann eine Sozialisierung in einem System und diese Dinge lösen sich auch von selber wenn Menschen politisch mitbestimmen können setzen sie ihre Interessen durch passen sie sich an die Gesellschaft an die Gesellschaft ändert sich jedoch das sind alle natürliche Prozesse wenn man sie nur lässt wir dürfen nicht vergessen dass permanent dieser Prozess politisch manipuliert wird und daher haben wir diese Konflikte das sind teilweise bewusst konstruierte und gemachte Konflikte wenn man dagegen angeimpft hätten wir die Probleme auch für weniger Herzlichen Dank jetzt nochmal ein bisschen Advocato Diablo ganz am Schluss Sie haben gesagt Probleme lösen sich von selbst man muss die realen Verhältnisse anschauen da fällt mir natürlich jetzt wieder die Wiesinger ein die sagt man hat das totgeschwiegen ich spreche das jetzt mal aus da ist sozusagen die Überleitung zu Ihnen was sind jetzt die Herausforderungen der NEOS wie wollen Sie sich positionieren hier zwischen populistischen Strömungen und realen oder auch nicht Problemen einen Weg zu finden mit offenem Herz und offenem Auge sowohl als auch Wiesinger Buch klassisches Beispiel wichtig dass Probleme endlich an die Öffentlichkeit kommen wurden lange verschwiegen vieles was Frau Wiesinger schreibt wurde lange im Schulsystem unterdrückt dass man darüber schreibt oder darüber redet vom Stadtschulrat jetzt kommt das heraus ist wichtig die Frage ist die Ableitung macht man aus den Problemen einen Kulturkampf Christenland gegen Islam oder nimmt man sachpolitischere Lösungsvorschläge und ich halte den ersten Vorschlag dieses Auseinanderdividieren der Gesellschaft für massiv gefährlich für ganz ganz eklatant gefährlich und es nur politisch in der Politik leider immer stärker auch dieses Thema das gegen den anderen zu sein politisch jetzt für mich als Lokalpolitiker müssen wir es schaffen in eine Erzählung zu kommen dass wie natürlich eine Zuwanderungsstadt ist eine multikulturelle aber auch eine multireligiöse dass nicht es darum gehen sollte woher man kommt sondern für alle Möglichkeiten geschaffen werden und auch wie man es in der Politik schafft die Zugehörigkeit zu einer inklusiveren Identität herzustellen zu ich bin Europäer oder ich bin Österreicher und dieses Narrativ dieses wir fühlen uns zugehörig unabhängig von welcher Religion oder welcher Nationalität wenn man in Wien wohnt zu Wien halte ich für sehr sehr wichtig ich sehe darin eine Aufgabe auch für mich als Oppositionspolitiker hier dahingehend auch die Sprache zu finden ich fand die Diskussion heute sehr gut hat gezeigt, dass man auch sachlich über heikle Themen diskutieren kann wenn ich die öffentliche Diskussion so wahrnehme ist das oft nicht so der Fall darum freue ich mich, dass es hier auch möglich war Ganz herzlichen Dank nur ganz kurz ich habe mich auch gefreut, dass es sachlich geblieben ist es kann auch quasi auf einer Meta-Ebene lustig sein ich empfehle Ihnen noch einmal den Film Womit haben wir das verdient das Interessante ist, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Positionierungen zu dieser Frage ihn gleichermaßen gut und amüsant gefunden haben das ist auch ein Phänomen in Zeiten wie diesen ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend Danke schön Applaus Vielen Dank.